morgen morgen was was geht ich bin es herr elite joshua mit einer mit einem weiteren stream sm 12.733 m wieso ich glaube du das kopf ist muss man nicht verstehen willst du mich verkaufen immer morgen morgen das raphael nicht dabei ist aber muss auch um ihn funktionieren leider darauf erst mal schön 27 runden sehr schwierig werden wir auf jeden fall schaffen frage ist gibt es sehr schwierige hier links level heißen die versus level was leute normal normal spiel so ein prozent abschlussrad haben sowas brauchst du einfach so ein gotteam alter nikki wer you at alter heute zeit zu zweit let's go nikki alter wait wait hab ich juri gif wahrscheinlich nicht ich bin zu irrelevant für selbst für die randoms alter ist die legende let's go gegeneinander ich liebe die loa falls einfach getrackt deine mutter brennt das bonus level oh mein gott ich glaube das funktioniert ist so gut bis zwei leuten mal gucken alter so ein krankes level es funktioniert nicht weil ich kein pilz hatte pack auf nein 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 nicht sterben nicht sterben ich bin das trap wo die mit in den tod gerissen habe wenn ich sterben so um sehr pilz krasses level fängt echt gut an das ist sehr sehr schwierig so okay vor bis tot mal gucken wo uns die knochenbein hinführt cool cool ähm ähm komm geh rein alter cool äh ich hab keine ahnung was ein teamwork ah das ist wieder so ein level alter ich auf der toilette wenn ich mir mit der switch mein arsch aufwische biller war ja nur ein bonus level ja aber halt die anderen level nicht gesehen ich müsste wirklich so eine eigene welt mal bauen in dem game aber ich bin viel zu faul aber ich bin viel zu faul Eis Geld 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 zu Geld Okay, aber wieso ist das so schnell? Cool Und mit nichts haben wir Geld Ja, weil ein bisschen Geld verpasst, hoffentlich halt es auch Mal gucken, was hier noch kommt War das Tammerbrüder oder war das Tammerbrüder? Heiliger Marcel What the fuck Wieso ist das? Nein Ah, wieso? Mann, ich hasse Musik Was ist da mit mir aus, Alter? Gut, wenigstens komme ich so hier durch Digga, was ist das? Das ist nicht nur ein Level, Alter Diese Spotter neue Trapoline Nein, ich will hier nicht, ich will hier nicht sein Mann, ich war so weit, aber da kommt der komische Kektyp, Alter Mit seiner Kacke Und was ist das da unten, Alter? Anfall Ja, aber ich konnte nichts machen in der Luft Das ist ja das Geile Trapoline hat mich einfach in ihn reingeschoben Fertig dort Ging ja nicht Ich habe alles gedrückt in der Welt Nichts war möglich Direkter Kurs rein Wow, Alter Das Level sieht sogar aus wie ein Level Ist zwar nicht wie ein krasses Level, aber wie ein Level Äh Wow Was dazu? Niki, du bist glich, wo? Oh shit Die Ware ist am Start Also ich bin da Das war sogar ein Level, Alter, oh mein Gott GG, Alter, GG Wurde outplayed Wurde outplayed Ich habe erst gedacht, ich wäre unten, aber ne LOL Alter, lass mal was probieren Schwierig, Alter Jetzt beginnt das Leben Alter, Thema Technik, ich glaube das wird sehr schlimm Ich glaube das wird sehr, sehr schlimm Es ist sehr, sehr schlimm Es ist sehr, sehr schlimm Moin 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 Fuck Moin, Kotaku Keks Was geht? Eigentlich hast du mich das gefragt Ja, nicht so viel Die besten Level der Welt Mal wieder Das ist so Das ist so Ich glaube das ist absolut gut Alter Bin ich gestorben Nur weil Niki im Ziel war Ja Darf man Level n oder machst du nur online? A-Armin Ich Wenn du Level hast, kann ich Ich kann nicht spielen Ich könnte auch mit Iggy zusammen spielen wenn du das willst Oder du kannst auch mitspielen Armin so alter man darf auch nicht niki der profi deutsch auf zeugnis 0 ja fc kannst du siehst du ja es ist einfach steht unten das ist so praktisch dass es nicht mehr in der description steht ich bin so viel von youtube gewöhnt ich frag mich echt wenn es wieder geht wow wow ein schönes level besser bauarbeiter der welt nicht gesehen habe ich drei uhr nachts beleg als ob als oft so scheiße ich habe das für was für 100 stunden gespielt und ich gar nichts damit habe ich jetzt nicht gerechnet das level ist auf so vielen weisen einfach so richtig das ist wirklich random tot nein fuck ich kann euch ja dann level dies schicken die ihr dann speichern könnt und zusammen spielen könnt ja das können wir machen nice nice ich bin stupid hier endlich bin ich hier mal gucken okay kein alter versteckt habe ich auch nicht erwartet bin ich ehrlich das hat etwas gebracht ich weiß nicht ich gehe einfach zurück das kann man gehen doch fast das da was ist das für ein level man einfach spinnen vergessen niki einfach absolut gerne nein fuck ich würde gerade lachen dass niki schlecht ist aber ich mache diesen move einfach ja glaubst du plattform level ist okay es braucht halt immer kurz bis die plattform wie es waren ja es ist okay ein wenig schlechter als das hier wird es hoffentlich nicht sein weil dann ist etwas falsch im leben hier yes oh da war mord gefragt ich mach das kein ding alles easy ich bin tot nein ihr doch doch weil ich äh skill habe von einer ethnos wir beide sind so scheiße ja der raphael fehlt man der keck ist auf keine ahnung drogen trip ich finde schön ich wollte irgendwas sagen mit trip und das ist das einzige was mir eingefallen ist ah fuck ah es ist so ein pain ein der geht ziel alter beende diesen pain pack die hex aus junger ah ach fuck ich probiere mal was aus äh das wollte ich nicht tun das wollte ich nicht tun ich wollte natürlich einfach kurz anlauf nehmen ich bin so scheiß ja also let's go der pain ist vorbei also das level das ist schon so eine minus 27.000 von 11 bin ich ehrlich ja ich habe hier erst mal diese rein und alles runter geladen alter hübi fan let's go ich könnte auch glaube ich so ja die nehme ich noch an ich finde schön dass man einfach nur hört wie ich a spamm da so beste freunde sonst geht das nicht das macht der keck er spielt mit viel grad online matches ich hoffe er wird von irgendwelchen japaner zerstört ich habe ich überhaupt mache mika 375 Uff Das war nicht Ich bin echt Das war Ein Level Äh herunterladen Bitte funktioniert So Das ist Ein Level Das habe ich schon Ich bin echt zu faul Das einzugeben Ich gucke jetzt einfach Ob die Aldis stimmen Ich bin Literally So ein fetter Juan Äh Nein 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 Das ist nicht Das ist es nicht Das ist es nicht Das ist es nicht Das ist nicht Nein Nein Ich bin Viel zu Faul Für alles Alter Ah Hier haben wir eins Hier haben wir eins Tschüss Alter Tschüss Ich muss noch eine Sache machen Und zwar Muss ich wieder ganz da oben scrollen Ich liebe Nintendo Oder kann ich nicht Ne es geht nicht So 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 Nice Wäre cool Ich freue mich schon auf die Level Joshua Joshua Let's go Joshua, mein Sohn, bin ich. Ich bin gefangen. Lass sie mich raus. Nein, Alter. Mein Sohn, Alter. Äh, hier brauche ich Feuer, Alter. Alter, ich bin stupid. Ich habe vergessen, das sind falsche Blöcke. Ich bin so in dem falschen Mindset für Mario Maka, Alter. Ob. Reaktionszeilen, Mülltonne. Ich lebe. Das ist mein Sohn, ich darf das. Was war das? Was war das? Nein, nein, pissig. Geh weg. Ich hasse diese Stelle irgendwie. Weil ich stupid bin. Ja... Wollen wir alle verkacken? Also, ja. So. Okay. Nein! Weil ich gehittet wurde, Mann. Das kacke. Oh, ist an. So hat laufen. Ist. Äh, äh, okay, okay. Was? Ach so. Die Wade. Ah, cool, danke. Was habe ich hier? Eine Blume. Die ich auch gar nicht einsetzen kann. Ich kann ja einfach hoch, Alter. Oh, da. Fuck, wo soll ich lang? Äh, äh, hier, glaube ich. Nochmal weiter von so einem Bock erschlagen. Hier ist eine Röhre, cool. Ich bin hier. Gehst du? Hallo? Skill. Ah, fuck. Was? Weil der scheiß Bock von oben in meine Fresse fliegt, Alter. Danke. Nein. Du. Du kick. Oh, ich hab gedacht, der kennt mich, wenn ich auf ihn ausspringe. Ich bin hier. Joshi? Gut, Leben ist safe. Äh, Pi-Switch, Alter. Bin aber noch am Start. Eine Person, die am Start steht. Be like. Wo ist Pi, Alter? Wo fährt Eichel? Da muss ich jetzt. Ist hier oben vielleicht einer? Sieht ein Block. Ein Pau, Alter. Digst es an, Alter. Digst es an. Vielleicht können wir ja schießen. Wait, ist er noch da? Achso, ja, Schlüssel war ja hier. Okay, Dings da hat ihn. Eine Wolke? Egal, ich muss Fußboden Gaming machen. Mal gucken, was hab ich hier. Fuck, ich hab kein Skill. Was war da? Weiß ich, was da war. Auf. Hier ist Tür, äh, Tür, äh, Schlüssel. Fuck. Oh, jetzt muss ich die Pi holen. Aha. Oder doch nicht. Fuck. Let's go. Let's go. Moment, vögel, oder? Skills. Ah, als ob. Anzeige. Ist hier oben. Das Level ist einfach zu vielschichtig, Junge. Was zur Hölle. Ich bin tot. Digga. Hast du Bistrutsch, Alter? Al-Mari? Jetzt doch rote Münzen. Viel zu viel Content. Hi. Achso, brauche ich ja nicht mehr. Ich bin dumm auch, Alter. Ich bin dumm auch, Alter. So. What? Ah, shit, schon wieder gestorben. Doch nicht. Oh mein Gott. Wie lebe ich noch? Literal vor dem Pi-Switch gestorben. Äh. Checkpoint. What the fuck? Damit habe ich nicht gerechnet. Ich weiß nicht, wo denks schon war. Und ich bin schon wieder tot. Oh Gott. Das ist, es ist zu lang, Mann. Es ist viel zu fucking lang. Ich bin da schon wieder rein. Ich bin blind, bin ich. Wie oft will ich noch an den gleichen Enemy sterben? Ich glaube ich ja. Fuck. Abi Level ist eigentlich gut. ist halt länger als alles was ich im leben vorher gemacht habe so halt schwierig wenn ich an den gleichen gegner 27 mal sterbe zeit ist sowieso in den game alter let's go plattform ich bin Lassen Sie mich. Alles hier geregelt. Heiliger, was ist das für Sprögen? Ich brauche Urlaub, Alter. Ja. Alle einfach richtig organisiert, Junge. Dieser kleine Sprung, Alter, der ist Mord. Das bin ich. Ich bin immer nach Ligi. Fuck. Das Lival ist echt kackhart, Mann. Sagt er, ist so zwei Minuten drinne. Ah, ja, ich muss noch, ich muss noch. Oh, mach du, Alter. Ist mir doch egal, Mann. Kack, kack, kack. Kleiner Sprung. Langer Sprung. Ich kriege kein Movement hin, weil ich seit sieben Jahren nie aktiv spiele. Irgendwann ist das Spiel wirklich so alt, Alter. Ich gehe krachen. Du Kack. Du Kack. Ah. Beide gleichzeitig gestorben. Mann, wieso ist die Kacke so hart, Alter? Der ist einfach gar nicht mal da. Wo ist der hin, Digga? Macht der Urlaub oder was? Das ist so fucking Burst. Ich habe gedrückt, Alter. Ich gehe mal. Oh. Mann, es ist so ein Pain. Es ist so ein Pain. Wie niemand irgendwas schafft. Gibt es die Checkpoints? Wenn ja, Alter. So fett wie seine Mutter, Mann. Das ist zu tight, Alter. Ich habe sowas noch nie vorher gemacht, Mann. Das funktioniert nicht. Weiter als deine Mutter, Mann. Zweimal. Deine scheiße, Ernst, Mann. Ich habe A gedrückt. Ich habe A gedrückt. Der Typ macht wieder Urlaub. Der Gäste muss auch nicht neu spawnen. Ich bin schon tot. Ach, ich bin tot. Boah, Junge. Boah, er hat gelaggt. Es hat gelaggt. Mann. Litt schon die Eile durch und ich komme nicht hin bei Lag. Leck hat nicht, Yoshi. Sie hat deine Mutter so nicht lecken, Alter. Fuck off. Hülsenfrucht-Fachhandel. Was ist eure Lieblings-Hülsenfrucht? Weg. Ah, Mann. Muss ich lang? Muss ich hier lang? Nein! Erdnüsse. Alter, der Skoniki. Ich meine, Erbsen sind halt immer noch based, aber sowas wie Kidneybohnen oder so, Alter. Und ich habe, ich habe die gute Ware. Ich habe einen Kühlschrank. Kichererbsen, Alter. Ach, jetzt kommen. Ich habe eine Idee, ich habe ein Rätsellevel, die du alleine machen kannst. Und der Kicherkanil wird dabei versuchen zu helfen. Ich meine... Hux. Ah! Hey! Pazötisch Brot. Es ist nicht wirklich schwer, aber dann sitzt du da, du kommst so durch, nachdem du 25 Mal warten musstest, weil es gelaggt hat oder laggt. Du bist einfach nur wieder tot. Hux. Lass das probieren. Lol. Neue. Reise? Leise ist異 Seine Krass bestimmt alles, aber kaum noch nicht mehr diese Kastela Greene verabschieden. im multiplayer mode sind für multiplayer gut weil nicht gut heiligermaßen darf es heiliger bogen fachhändler heiliger drogeriemarkt wotter fack wo kommt der typ her alter mann wie wolltest du denn bei diesem level umbringen alter wieso was hast du gemacht das ist ja wort alter du hast die geschafft dgp camping wo kaputt gegangen was lernen wir daraus baut eure scheiß level für das ist das was man daraus lerne ich bin es ist sowieso mord heiliger 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 okay gleich das andere probieren alleine sind die cool aber nicht so wir können ja beide machen die hoffentlich gut sind achso ne ich sollte ja wenn er dann schon links machen also multiplayer level sind schwierig in dieser zeit weil keine ahnung wann mario mach er 3 du hättest schwer genommen ich habe 200 streams am stück schwer gespielt und mit der zeit hat sich schwer verändert schwer hat eine höhere präsentrate von sp zeit alter teigungen digga ja als ob deine mutter ist fett mann ich war nicht wie am ziel ich habe alles von mir gesehen alter los tood los das ist eigentlich relativ einfach okay so viel dazu ich war am ziel aber ein pixel großer fetter der bomb hat meine mutter penetriert und seinen 723.000 tonnen äh ja ich habe ja auch so bezeichnen was ist das für ein folter raum hat spaß gemacht heiliger wieso brauchen wir schlüssel wo sollen wir schlüssel bekommen ja 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 Wie schafft man das, den schlechtesten Teil, also den schlechtesten Spielmode im ganzen Game nachzubauen? Heiliger. Was? Wie? 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 Kameramann, be like. Also das Level, das ist Pain. Heiliger. Ich kann jetzt nicht sagen. Also das Level bestand aus Mord, ok, gut, schön, dass wir uns einig sind, darauf erst mal 730 Liter Wasser. Die inhaliere ich durch meine Ohren, so funktioniert das, vertraut mir. Jetzt go in die Röhre. Nichts, was machst du in die Röhre? Wie hab ich das verkackt? Wie hab ich das so oft verkackt am Stück? Bin ich stupid? Oh mein Gott, ist das ab Video Game? Was? Ich bin scheiße. Was ist da was? Mein Controller ist fettig, aber ich habe keine fettigen Hände gehabt. Das ist sehr weird. Achso, ich muss einfach weiter da oben. Hier, Röhreblock. Röhre? Wer ist das hier? Ranke. So. Über dieser Blume. Nein. Über dieser Blume. Fuck. Hier. Hier so. Richtig widerlich. Hier oben. Hier unten. Irgendwo. Egal. Hier. 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 Hier Poka,... Die Tanner. Hier. 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 Hier haben wir hier. 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 Was war das für Crossover? Wieso kam Poco in Attacke mit rein? Wow. Ist das möglich? Natürlich nicht. Wie hart will man baiten? Wie kann man sich kein Getting Over leisten? P.O.V. P.O.V. Da ist abgrund, ich habe gedacht, da geht es runter. Ich bin auch behindert. Wieso hat der Levelbauer es nicht geschafft, das durchzuziehen? Nein. P.O.V. Ach, kommt euch Feuerblume, mein bester Freund. Ich liebe dich. Welcher Bigger war das? Mord. Kein Mord mehr. Ich habe nur Ersatz. Das Level war sogar gar nicht so scheiße irgendwie. Keine Ahnung. Es sah okay aus. Gameplay sah mittelmäßig okay aus. Irgendwie. Start ist rieselig. Der Start ist rieselig. Du kannst aus. Die Masse macht es nicht. Die Masse macht es nicht mehr. Der Start ist das. Und das ist ja noch nicht. Die Masse macht es nicht. Die Masse macht es nicht mehr. ich warte immer noch darauf dass mcdonald's mcdonald's ist alter wenn sie das machen der wenn die das machen dann haben sie gewonnen es ist einfach so döner aber frittiert so richtig auf drogen was ist das hilfe wo kann ich lange ich kann hier lang aber nicht links ist alter war der schuss clean egal ich wollte dass sie mal machen ihre reflexe haben seine mutter zerstört feuer in die milch guter song guter song alle ist auch nicht die weise deine mutter wird geknackt heute nacht das ist ja ich bin ja hier skidreiche fette katze nein du kannst du reitest welch gestorben am check point welcher keckschweiß von der haubert feuerbäller alter deine mutter mann nicht geht es hier reicht es go willst du mich verblöd verkaufen das ist so ein gutes mimo alter ja 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 manchen mcdonald's aber gute bürger die fahrer sind da holen die fack physik war mein freund da ist die rohre ich kann man auch nicht nehmen die früten tod was ist zwei level man wie viel meth ist meine frage wie viel methwurst wie viel nein auch hier wer ist hier typ ist hier, komm mal her jo alle drinnen alle drinnen let's go let's go Absolut krank. Er reiche das hier ohne getroffen zu werden, das wird schmerzhaft, da ist blooper ein Peck, der möchte Mord. Danke, dass wir darüber geredet haben. Mario, get wrecked. Mein erster Win, glaube ich zumindest. Ja, Winstreak, Winstreak, 50 wins am Stück. Letzte Level, Alter, ich hab Hunger. Lol. Welt 1, reicht es hier mit einem Kuba-Panzer? Das ist so die weirdeste Aufgabe, die mir einführen hätte können. Wer sind ihr? What the fuck? Nein, ich hasse das Game. Geh weg. Tap. Fuck. Wie ist das bei normal? Ist das nicht leicht? Egal, viele Leute sind ja anscheinend gestorben. Weil. Zweier Streak. Zweier Streak. Wir haben es geschafft. Okay, Leute, dann würde ich sagen, ich brauche Aids. Mal gucken. Ergebnisse. Also. Ich habe 2422 Spiele. Das sind ein paar. Wir haben Raphael ganz oben und Raphael vierten Platz. Das ist funny. Ich habe eine win-weight von über 10%. Das ist gar nicht so scheiße. Eigentlich schon. Ich spiele immer mit drei Leuten. Eines würde ich ja 33% haben in der Hinsicht. Aber Raphael hier oben mit 50 hast. Du bist äh. Du hast nicht so viele Spiele. Wo bist denn du? Da. Deine win-weight. Ist halt. Ja. 8,187%. Wie viele in random Leuten ich gespielt habe. Mit Chalentia. Sogar mit Schock TV, alter. Mann, wann ist man hier wieder back? Egal. 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 Tschüss. Bis irgendwann. Urlaub. Jetzt hier das Switch aus. Mach ein Game zu. Stand by. Ich mach jetzt äh. Alt F4. Tja. 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 Tja.